Ein heftiger Schneesturm hat in Teilen der USA zu Stromausfällen, gesperrten Straßen und Flugabsagen geführt. Der winterliche Wettermix betraf vor allem den Norden des Landes. Von Arizona bis Wyoming wurden im Zuge des Sturms die Autobahnen gesperrt. Rund 1.500 Flüge wurden landesweit gestrichen, mehr als 3.800 weitere Flugverbindungen waren verspätet. Außerdem waren über 88.000 Stromkunden von der Versorgung abgeschnitten für die kommenden Tage. rechnen die Meteorologen weiterhin mit ungemütlichen Wetterverhältnissen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.